Wir sind jetzt angekommen in Bayern und ich werde mich hier auch so zur Verhalten. Oh, der Geist gibt uns bereut. Mit was, mit was werden wir uns heute zulöten? Mit Nückensperr, Mann, Fotze, Alter. Ich feiere das auf deinem Kanal, ist der Max immer er selbst. Und schon können wir mit der leider notwendigen Zinsur beginnen. Vielen Dank. Kann ich mir ein Bier nehmen? Ja, lass uns erstmal abkühlen. Ja, wieso? Draußen haben wir noch bei gleicher Temperatur. Noch 20 Stück. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum soll ich mir jetzt hier Bier nehmen? Ja, wenn du willst. Aber kann ich nicht aus dem Kühlschrank essen? Gin Tonic kann ich dir anbieten. Ja, aber wenn das so ist, dann nehme ich halt einen Gin Tonic. Mir ist das auch egal. Also hat es auch alles um, es fließt hier. Nein, ich habe halt dann noch hier einen Energy Drink. Ich habe dann noch diesen Energy Drink hier. Da kannst du mir gerne einen Messerchen geben. Zum Energy kann ich dir Wodka nehmen. Nein, ich würde gerne diesen Energy Drink trinken. Zum Oktoberfest. Hast du hier irgendwas? Wir können ja schon mal den Messbecher hier nehmen. Den trinke ich meistens. Den trinke ich meistens. Kannst du mir den Gin bitte einflößen? Ja. So. Und ja. Na also ich hätte ja zwar... Jäger kann ich dir auch noch geben. Ich hätte zwar Jäger. Ja. Ist das besser Jäger? Ja. Ich hätte eigentlich gar ein Bier getrunken, aber ich weiß auch nicht. Wodka Jäger schmeckt hier jeden. Ja, das ist so. Weil wir... Ja, immer her damit. Ja, das klingt doch spannend. Also einfach rein. Ist noch nagelein. Das ist mir egal. Das machen wir jetzt. Das ist irrelevant. Na ja. Das wird schon reichen. Ja, auf jeden Fall. Lasst dir schmecken. Das ist ein guter Gastgeber. Das ist ein guter Gastgeber. Aber mit Energy. Wir haben so viel Energy mitgebracht. Das ist richtig. Warte mal, Max. Max. Rotz und Schwefel. Äh, Knecht, Pups, Brecht. Wie hieß es? Nein, übrigens. Nein, sehe ich nicht einen. Achso. Ist voll ins Auge gespitzt. Was ist denn da drin? Keine Ahnung. So, so, so ein Schluck. Das ist Jägermeister, nicht Energy. Gönnum Brehe. Na ja, reden wir uns von dem Schluck oder? Von dem Hieb. Von dem ordentlichen, gewaltigen Hieb. Von dem gereinigten Hieb. Du musst verstehen, ich bin voll auf Pilzen. Ich bin voll auf, ja. Na ja, ja. Deswegen kannst du mir einen Gefallen tun und das einfach mal hinterkippen. Junge, Wahnsinn. Einfach hinterkippen. Das schmeckt? Bitte, bitte, bitte. Das schmeckt herrlich. Bitte, bitte, na los. Na und noch ein Rest. Wie sieht es denn aus? Da ist wirklich jede Menge Jägermeister drin. Na, das macht mich doch fröhlich. Ich bedanke mich. Wie findest du den Gastgeber? Woher erkennst du denn? Das ist irgendwelche Information. Stell dir mit uns was an, wenn wir schlafen. Das ist der magere Gastgeber und der ist tatsächlich ziemlich schmal. Und der kriecht. Der kriecht dir in den... Achso. Okay, also muss ich mich bewaffnen. Du solltest ihn entwaffnen. Das ist, glaube ich, so angesagt. Ihn entmannen sozusagen. Ihn entmannen. Hab ich denn da runtergefahren? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das Auto lässt sich in den Arschlach explodieren. Auf der Achterbahn, während des Loopings. Das wäre doch ein Feuerwerk. Meisterfeuerwerk. Du musst dich 18 Euro für eine einmündige Fahrt bezahlen. Es sieht wirklich schmackhaft und wirklich einladen. Ich probier's mal. Ich hab eins dabei, aber ich muss dir nicht schimpfen. Ich schenk mir das nicht. Oh, scheiße. Jetzt hab ich echt scheiße gebaut. Naja, vielleicht sollten wir mit Bier erstmal weitermachen, oder? Ja. Das ist Jägermeister. Hast du das gemixt? Ja, ja. Der erste Proffare, ich hab das gemixt. Das merkt man. Schmeckt. Ja? Ja. Schmeckt die Pflaume. Kennst du das Maßbier? Maßbier. Oh, das ist auch schon scharf. Geil. Naja. Munde das. Das ist z teilen. Ey, ich will einfach nur eine Pizza fressen, Junge. Hey, ich will dich direkt bezahlen, Bruder. Oh, scheiß. Oh, sorry. Scheiß, das ist nicht geschüttelt. Bitteschön. Servus. Alter. Alter. Ist das blaue Schimmel? Alter, ich schmeiß dich. Ja, wie so. Du hast das System gedribbelt. Das ist ein Lama-Schimmel. Nicht ganz. Das ist scheiße hier. Das ist ein Schender-Schimmel. Scheiße. Fuck. Was mach ich denn jetzt? Schieb mich. Was soll ich denn machen? Ich will das nicht anfassen. Das ist Italienisch. Jetzt ist es perfekt. Antonio Magareti. Ich könnte vielleicht was ablegen. Aber... Ein waschechter Fund Angel. Was machen wir heute? Ich mach mir grad den hübschen Mann hier klar. Der hier. Zeig mal, bist du wirklich hübsch? Der Mann ist gesuchter Täter. Ach so. Ja, also ich finde da gibt's gar nicht mehr so viel zu diskutieren. Denkst du da gibt's viel zu diskutieren? Was? Denkst du da gibt's viel zu diskutieren? Also... Denkst du da gibt's viel zu diskutieren? Du kannst kippen, wenn du möchtest. Hauptsache du säufst. Ja, richtig. Das ist Miese. So passt mal ein bisschen auf. Die sag ich's müssen durch. Tags, was machen wir eigentlich, wenn wir uns verlieren? Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Aber dann muss man uns durch. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ja, ich freue mich, wie Sie sehen uns vor. Ja, ja, ja. Diese Bion, die beiden, diese Bion. Das sind richtig hessige Vögel, Alter. Jetzt weißt du, die erfunden den Leuten von der Meisterfrau. Das ist jetzt die vierde Zeit. Das ist richtig. und wenn nennen wir es unser Geheimnis wenn ihr geht, könnt ihr hier und dann können wir hier sehen, wo ich vor allem geht, das ist nicht ganz gut, wo ich das denn nicht in deinem Raum verschieben will ich nicht in einem Raumschiff zu verbracht Ich kann nicht reden. Ich auch nicht. Geht das mal vorbei, Jürgen? Geht das mal vorbei, Jürgen? Geht das mal vorbei? Ja, ja, ja. Was ist denn jetzt hier faszin? Wir wollen saufen! Hier, hier, hier! Eieieiei! Was sollst du uns ja bezahlen? Geben wir schon mal ein bisschen zu. Die Krüge! Die Krüge! Die Krüge! Ein groß ist, ein groß ist der Gewinn. Wie viel kostet ihr am Marsch? 15! 15! Der Gewinn! Jetzt heißt es, Absturz! Schwert halten! Ein Prost! Haben wir! Die Krüge! Regenwalder Mühe! Die Masse! Die Masse! Die Masse! Wie wird der Abend enden? Wie wird der Abend enden? Die Masse! Die Masse! Unser Kruf! Gezahlen! Schmerz ins Bett mit mindestens 1.8 Uhr. Die Masse! Schmerz ins Bett mit mindestens 1.8 Uhr. Die Masse! 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 Ja, meine Nummer! Ihrer Rede! Er ist wieder los! Rosel! Rosel Rieger! Das ist gut! Der Kuss! Oh, wow! Der Riemeroth ist hier mit dem Wort! Das war's! Hey! Heyyyy! Sehr gut! Komm, geladen, du, Alter! Ich will! Alter, das ist so schöne Verblöder! Ich will... saufen! Ich will auch noch saufen! Hey, hey, hey! Ich bin staatlich ausgebildeter Busenkrappscher! Gucken! Große Brüste! Gucken! Hallo! 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 Vielen Dank. Geht mir! Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Geht mir! Was ist denn da? Warum seuft denn da nicht? Der Mann seuft! Der Mann seuft! Sauf, die Fotze! Was hast du gesagt? Sauf, die Fotze! Ja, ich! Sehr schön. Ich hab Krebs im Sack! Du gehst auch mal! Ja, jetzt muss ich nicht mehr kotzen. Jetzt kann ich später ein paar Schlücke nehmen. Ich hab da mal reingesprucht! Was? Nee, hab ich nicht! Was? Da ist dein Steifeln hin! Ahura! Du sollst deinen scheißen Baul halten! Du dummer Sau, du! Klar, schlacht! Was? Maschallah! Gleiches Essen! Nein, das ist dein Seil! Du kannst dich nicht mehr verabschieden! Halt! Weiterell! Wir dürfen uns verabschieden für heute Abend! Oh! Ihr gehört, dass ich verabschiede heute Abend! Es ist der Veränder der Wesen! Und wir dürfen einen unserer Kameraden verabschieden, der heute das letzte Mal war ist! Ich, weil ich mir das Leben lehne! Ich hab was, oder? Ich hab was, oder? Auf geht's! Ihr wisst ja, oder? Sie riechen mir aus! Ihr schlingt so! Ihr schlingt so nach unten! Schau! So lange, oder? Reiner! Reiner, ja! Reiner, ja! Reiner, ja! Reiner, ja! Reiner, ja! Reiner, ja! Reiner! Reiner, ja! Reiner, ja! So lange, oder? Reiner, ja! Ca... Reiner, ja! Reiner, ja! Reiner, ja! Reiner, ja! lus, Gehleins, Minna! Reiner, ja! Reiner, ja! Wir sind hier raus. Wir müssen hier raus. Aber Dalli Dalli. Das ist ein Schild. Aber Dalli Dalli. Können wir jetzt mal aus diesem Scheiß Zelt hier raus. Du bist der Schender. Wir müssen hier raus. Aber Dalli Dalli. Das ist mein... Max. Das ist mein... Max. Ich hasse dich ganz schön. Das ist hier. Raus. Wir müssen raus. Raus. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Wir sind A-Punkt. Alkohol ist schlecht. Ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt bleiben. Wir sind schließlich auf dem Oktoberfest. Das Fest der Freude. Wo ist denn die wilde Maus? 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 Ich wünsche mir so ein Comeback von Sixten zurück. Sixten. Oh je. Mein Saug ist zu kurz. Der Seid. Der Seid. Das ist er. Guck mal an dieses zufriedene Gesicht. Dieses zufriedene Gesicht. Diese Mäle sind zufriedene Gesicht. Diese Schweine ist zufriedene Gesicht. Das ist ein Schmutz. Das ist ein Schmutz. Das ist ein Schmutz. Das ist ein Eifel-Ladekabel. Das ist ein Schmutz. Ja, ich arbeite nicht zu schnell. Ja sicher. So. So bitte schön. Danke dir. Du Schwanz. Das ist ein Schmutz. Hey, jetzt muss ich nicht ändern. Ich darf es nicht verlieren. Alter, das Oktoberfest ist wirklich ein sehr komischer Ort. Und seltsamer Ort. Hey Alter, ich komm nicht klar. Schau nicht. Schau nicht. Mein Magen ist so unter Spannung. Wir müssen uns jetzt umbringen. Hast du gehört? Wir haben Schweinemägen. Wo ist die wilde Maus? Wo ist die wilde Maus? Wo ist die wilde Maus? Wir lieben einander. Oh, mach dich bereit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fliegende Wechsel. Jawoll. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aua, Aua. Ok, Holle. Yo, baby, yo, baby, yo, baby, yo. Oh, nee. Boah. Weißt du, Mia, es ist wirklich schlecht. Mia, sollte ich sagen, richtig schlecht. Ich mach immer einen großen Cut. Mann, vorne, jetzt aber fest zu uns in den Dringlichen. Oh, Junge. Oh, Juhuu. Jawoll. 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 Oh. Oh! 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 Warte! 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 Alter! Nee! Oh mein Gott! Ich kotze! Alter! Oh! Oh ja! Oh! Warte! Warte! Alter! Alter! Es ist so, man! Warte! 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 Alter! 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 Ich bin bereit, halten! Es geht los! Alter! Ja, darauf hab ich jetzt Bock im Suft! Genau das muss es sein! Ja! Scheiße! Genau deswegen arbeite ich! Illegal! Es geht los! Es geht los! Es geht los! Oh! Scheiße! Warte! Ich bin fest! Oh mein Gott! Ja! Kann man nichts festmachen! Ist das fest? Das ist nicht fest genug! Wir fallen raus! Scheiße! Oh mein Gott! Ist das fest genug? Ist das fest genug? Ist das fest genug? Ist das fest genug? Bitte keine Schwierungen im Objekt! Wir stecken uns weg! Wir stecken uns weg! Wir stecken uns weg! Jetzt hat das Spromzeug gefüllt! Oh mein Gott! Wir sind abgehoben! Oh mein Gott! 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 Das wird mich umbringen! Halt das Handy fest! Ich hoffe, mein Blut wird an einem Looping kleben! Halt das Handy fest! Alter, die Aussicht! Halt das Handy fest! Ja, 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 ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ohhhhhhhh! Aaaaaah! 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 Oh fuck! Alter, mir ist so schlecht! Und noch einer! Alter, mein Gehirn, ich hab so Kopfschmerzen. Der Wichser hat mich schon gefangen. Wir wurden geblinkt. Lass dich in Ruhe! Junge, lass dich in Ruhe. Der kommt schon zurecht. Der kommt schon zurecht. Junge, lass dich in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Der kommt schon zurecht. Das seht ihr doch, oder? Lass ihn in Ruhe. Der kommt schon zurecht. Danke. Der kommt schon zurecht. Adlers an! Die war blöd! Die war blöd! Wer kippt jetzt schon wieder? Wir hätten uns einen Tag später keinen gelernt. Ich rügel! Auf die Herzeiten! Ja! Melkfett! Bier! Wann ist die Scheiße? Die ist vorbei! Oh ja! Ich geb dir mal so noch 34 Jahre! Wenn du nicht auf den Tisch stehst! Die Scheißmaß! Was? Zwei was? Ich sehe viel mehr Huren! Sie arbeiten mit viel! Was? Die wollte mir den Schnaps verkaufen! Aber... Ja, die kommt so an Flüsten-Schnaps! Da denk ich ja, die wir den ausgeben! Dann sagt die so, ja, hier, die arbeiten hier! Nein! Der Dicke! Aber heute angestoßen! Der ist der Dicke! Mann! Vergassenshotze, du Hurensohn! Die Frau will kissen! Nein, ich wollte nur sagen! Wer kissen? Ja, dieser Bostopper, der ist schon nicht zugekotzt! Mann! 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 Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Alter! Alter! Nein, ich gehst du kräft, du Hose! Alter, das gibst du nie! Jetzt aber woher war ich in der einzigen Hose? Scheiße, ja. Wie heißt der Kameraden? Seraphim. Serafin! Serafin! Das ist der schönste Mann der Welt! Ja, das sag ich doch die ganze Zeit, Alter! Keine Sau, Alter! Wir brauchen Bier! Wasser! 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 Was kommt an? Was kommt an? Nein! Mieserable Qualität! Aber miese Haare! Hallo! Zensurenhass! Nein, nein! Ein Prosit! Ein Prosit! Ein Prosit! Der Gemütlichkeit! Der Gemütlichkeit! Jetzt sauf doch mal gemütlich, Mann! Gemütlich! Ein Prosit! Gennütlich! Ja, das ist ein Prosit! Er ist ein Prosit! Ja, das ist ein Prosit! Es ist ein Prosit! So geil und so! Oh du Fotze! Komm hoch du Hurensohn! Oh du Fotze! Du abgefuckter Passe! Scheiß! Die Krüger! Jawoll! Weckt euch alle ihr Schwanzgesichter! Was auf diesen 40%igen Scheißsauchen! Da kippst du ja um! Ja! Oh du Fotze! Die werden verdient ja viel herbergen, weil der Mars besorgt! Alles gut, Jan! Trinkst du nichts? Ja, hier! Vielen Dank! Oliver! Ich bin 1,60! Pass auf, dass ihr dir nichts möchtet! Pass auf, dass ihr dir nichts möchtet! Ey! Ich bin... Was willst du denn, du Fotze, Alter? Ey! Ich bin schon zu voll, Alter! Nicht voll genug! Ey! Ey! Das war der Aschenbecher! Oh nee! Das war der Aschenbecher! Das ist ein Aschenbecher, Mann! Da sind Kippen drin! Nein! Das ist ein Aschenbecher! Da ist ein Kippen drin! Ja! Ja! Das alles, Alter! Ich habe Angst! Es ist so trockig! Huhn! Was hat das gekostet? 4,8 Euro! Danke für das saftige Stück! Bio-Hinschen! Fickt euch, ihr Hohlen-Söhne! Fickt eure Pfeffi-Flaschen! Fickt nicht, du Fotos, du hast ihn immer leer! Das ist doch mein Bier! Sagt uns das eben, meinst du schon lange zweimal leer? Nee! Ja, ich nehme ein bisschen Schnupftabak! Jawoll! Nee, hau ruhig ein bisschen was drauf! Hau ruhig ein bisschen was drauf! Jawoll, das reicht doch! Lass mal ein richtiges Bremse! 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 Alter! Alter! Du auch! Hier, du auch! Du auch! Du auch! Du auch! Oh! 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 Mein zweites! Sie hat mir vor 5 Minuten schon was gegeben! Oh! 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 Ja, hier rollt es ja nicht! Hey! Hier rollt es ja nicht! Alter, wie die... Alter, wie die... Alter, wie die Jungen da rumstehen! Junge! Alter! Junge, ist das krank! Ist das krank! Max! Wo ist der Max? Wir müssen ihn befreien! Wir müssen ihn befreien! Alter! Junge! 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 Ja! Ja! Das gibt es doch nicht! Der Gaskehäber! Der Gaskehäber! Junge! Junge! Könnt ihr schießen machen? Ja! Alter! Das ist krank! Junge, was zum Teufel. Es war ein geiles Oktoberfest. Absolut. Die haben zusammen so viel gewogen wie ich. Ich raste nicht aus wegen so einem Bastard. Alles gut. Hoffentlich. Danke. Das ist immer noch kalt. So wie meine Oma. Das ist meine Spezialmischung. So, feier. Warte, warte. Sauber, du weißt. Sauber, du weißt. Hier, Felix, auf. Du musst es saufen. Du schmutzig. Du bergiges. Du schmutzig. Komm, du musst es trinken. Du sollst das doch nie küssen, Alter. So viel du kannst. So viel du kannst. Das schmeckt scheiße, Mann. So viel du kannst. Ich hab gerade reingeküsst. So viel du kannst. So viel du kannst, mein Bruder. Hey, dann lass mal. Wer traut denn sich noch hier? Wer traut denn sich noch? Traust du dich noch? Ja, klar. Immer. Na dann los. Mensch. Danke dir. Bist du Schatz. Da ist eine ganze Bulle Jägermeister drin. Ich verleide viel mehr. Magst du? Da ist die ganze Bulle drin. Ja, das ist die ganze Bulle. Bist du mal in dem Jägermeister, bitte? Scheiße. Eins und zwei. Jawohl. Aber dann ist der Rest. Ja. Da kommt es mir. Ah ja, du kannst ja gleich noch einen Schluck nehmen. Zu viel du kannst. Zu viel du kannst. Boah. Jetzt ist mein Werk vollbracht. Bist du ein bisschen süßen? Ja, das ist echt krank, Alter. Das wird sich dann heute Nacht auflösen. Das riecht wie die Wiesenkotze. Das riecht wie die Wiesenkotze. Was fehlt an? Ja, stimmt. Nee, das ist fit. Nee, nee, fit wollen wir hier nicht. Nee, jetzt hat der fit hier reingemacht. Jetzt können wir es echt wegschmeißen. Junge, der hat einfach fit reingemacht. Junge, du bist ein Bastard, Alter. Jetzt kann man es leider nicht mehr konsumieren. Junge, weil er jetzt hier draus trinkt, wird sterben, Alter. Junge, ich komme nicht klar. Ich glaube schon. Ja, alles flutner. Also, ihr Brosten habt Energie. Das ist definitiv. Warst du mal da? Nee. Also, das ist der wenigste, der wir nicht kennen. Naja, also, wenn du Hamid schlagen willst, dann musst du schon krasser drauf sein. Soll ich den Onkel schlagen, was Pupp gibt? So, Alter. Warum ist das anstrengend hier, Alter? Ja, es ist alles anstrengend. Aber du Müllhaufen bleibst du hier, also kannst du auch noch einen Schluck saufen. Ich will einfach noch schlafen. Ja, dann sauf dich in den Schlaf. Kopfschmerzen. Ich habe Karschmerzen, bin am Ende. Jammer morgen rum, aber jetzt ist es Zeit zu saufen. Äh, ich brauche. Ich brauche ein bisschen Kinderschungel, Alter. Alter, wie geil. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Ach so, das ist der Gastgeber. Nein, ich weiß auch nicht. Guck mal, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Hoffentlich. Und deswegen will ich nur noch einen Kinderriegel nehmen. Auf deiner Couch einfach. Ja, so kommt der Max von Party wieder zurück. Das ist das Resultat des Abends. Das ist das Blut vom Superfarrer. Der hat mich gerade angerufen. Und der war im Krankenwagen und so. Der ist irgendwie in eine Flasche gefallen. Keine Ahnung. Ich schlafe jetzt weiter. Ich weiß, wie das ist. Ich habe die Nase geworben, aber ich habe noch mehr Blutfall. Ja, aber macht dir keine Sorgen. Ist alles gut, ja? Ich sage alle Namen. Ich habe die Nase geworben, aber ich habe die Nase geworben. Ich habe die Nase geworben, aber ich habe die Nase geworben.